Eigentlich wollte Amira mit Leon einen Livestream starten. Sie wollten die ganzen Fans aufklären, was sich so in der Schminke befindet. Zum Beispiel, welche Inhaltsstoffe in bestimmten Cremes enthalten sind und ähnliches. Eigentlich ein super harmloser Stream. Doch nach wenigen Minuten wurde kaum noch über das eigentliche Thema gesprochen, sondern auf einmal ging es um ganz andere Sachen. Amira hat wieder mal die Zeit genutzt, um gegen bestimmte Influencer zu feuern. Unter anderem gegen die Harrisons, Senna Gamow oder auch andere Blogger-Moms. Vieles war ziemlich direkt und einige Sachen eher indirekt. Doch die Message hat, glaube ich, jeder verstanden. Hier habe ich für euch einen interessanten Part aus dem Stream. Wenn Hautwerbe gemacht wird, wo ich mir denke, es geht doch um Haut. Wenn es um Haare geht, dann kommt mir egal. Aber es geht ja um Haut. Um das Transparenteste, was wir haben. Und da bin ich dann so. Ja. Es ist so dieses, ich habe halt auch, ich würde so gerne jetzt einfach erzählen, aber dann mache ich mir wieder Feinde, weißt du. Sonst bist du nur eine Rassistin und eine Sexistin. Nein, es geht ja halt um das Thema, so wie du auch schon gesagt hast, diese Transparenz. Natürlich möchte man irgendwo nicht alles teilen. Wir teilen ja auch nicht alles. Ich sage auch letztlich, heute ist aber richtig scheiße, heute, heute, keine Ahnung, egal, keine Ahnung. Ja klar. Darum geht es gar nicht. Aber wenn man dann doch mal etwas anspricht, dann kann man sich da auch irgendwann mal stellen oder vielleicht mal ein bisschen an der Realität festhalten. Und gerade wenn man so einen Einfluss hat auf junge Leute, dann soll man doch einfach ein Vorbild sein. Und was jetzt gerade alles passiert? Zum Beispiel diese eine Familie, die hat auch Fanpages. Und das Thema Kinderprofil, das Profil wurde gelöscht. Und weißt du, was diese Fanpages, jetzt wirklich diese Fanpages, hat Olli Nachrichten gekriegt. Ey, wegen dir musste dieser Kinderaccount gelöscht werden, das arme Kind. Und dann denkst du dir, Alter, was geht denn hier ab? Die haben gerade wirklich Mitleid mit einer Dreijährigen, keine Ahnung, wer alt die ist, dass die jetzt keinen Instagram-Account mehr hat. In der Welt leben die. So, und woher haben die das? Natürlich von ihren Idolen. Das ist halt einfach dieses verschobene Bild, wo ich mir denke, geh du erst mal in die Schule. Geh du erst mal in die Schule, wirst du erst mal volljährig und dann können sie mit uns weiterreden. Weil das sind eben kleine Kinder, die dann dahinter stecken. Das haben wir ja auch noch rausgefunden. Und dass die wirklich dann, genau, also du hast halt einfach eine Vorbildfunktion. Das ist das, was ich sagen möchte. Genau, das finde ich auch. Und das finde ich auch, also ich finde es doch ganz wichtig, dass man sich mal bewusst macht, gerade wenn es auch so simple Sachen sind, wie zu sagen, also ich verlange es nämlich vor mich, wenn gerade Influencer mit, vor allem jeder Influencer einfach sagt so, hey, bleib zu Hause, hey, postet keine Bilder von euren Kindern. Oder irgendwie so simple Sachen, die ganz schnell sind. Also es geht halt schnell, das ist nichts krass, kostet dich nicht viel Aufwand, das finde ich ganz gut. Einfach um den Leuten noch was mitzugeben, weil es ist oft so alltägliche Dinge, die wir vergessen. Und jetzt gerade ist das so etwas, was mir immer wieder auffällt. Wenn ich so zum Beispiel, wenn ich jetzt einkaufen gehe, die Leute sind so im Stress und durchgehend schon auf Krach aus. Und dann sind die ganzen Kassierer, leiden extrem unter dem Verhalten der asozialen Kunststoff. Es tut mir auch nicht leid, dass es eigentlich was sprachlos, was ich letztens bei Lidl gesehen habe, wie die Leute sich angefeindet haben, weil sie, also wirklich, alle tragen, also alle tragen Mundschutz und Handschuhe, aber stehen so nebeneinander, wo ich mir denke, Leute, ein bisschen Abstand, einfach mal nicht nebeneinander stehen, vielleicht auch nicht jetzt gerade die Deep Talk-Seiten. Das ist so, wo ich sage, ne? Und da kann jeder sagen, was er möchte. Man muss euch nicht mögen, man muss euch nicht sympathisch tun, aber ihr habt schon sehr viel Positives bewegt. Das kann man auch nur so sagen. Der Rest ist ja egal, was man von den Leuten privat ist, egal. Alles kann man nicht immer gut finden, aber ich glaube auch, das ist halt einfach ein Thema und die Leute fragen dann auch, warum man jetzt auf einmal so spricht. Habe ich mich selber jetzt auch mal reflektiert und beobachtet, was da passiert ist in den letzten Tagen. Ich selber wurde desillusioniert. Ich selber. Weißt du? Ich habe zwar immer auch gesagt, nee, finde ich auch nicht okay, Kinder im Netz, bleiben privat, bin ich total dabei, aber jetzt, nach so vielen Fakten und so vielen Bildern, die dann jetzt nochmal dazugekommen sind, ey, jetzt kämpf ich noch. Das, was ich geteilt habe, war nicht mal das, was ich alles gesehen habe. Ich habe sehr viel geschickt bekommen. Ich habe Videos und Bilder gesehen. Ich schlafe seit drei Nächten, schlafe ich nicht mehr. Ich bin bis drei Uhr nachts wach. Ich kann nicht schlafen. Und wenn ich dann einschlafe, habe ich Albträume. Und ich wünschte wirklich, dass manche Leute, und wir haben schon viele damit erreicht, aber ich wünschte, dass gewisse Leute, die es immer noch nicht geschnallt haben, Jan Laike hat heute ein Video gemacht über die eine Person, die auch nochmal wirklich, die ist wirklich der Hammer. Die behauptet ja tatsächlich, dass sie keine, sie hat auch Profile für ihr Kind, für ihre Kinder. Und die behauptet ja, sie verdient kein Geld über die Kinder. Ja. Warte mal, dann hat er innerhalb von zwei Minuten drei Posts rausgesucht mit Werbeverträgen. Dann hat sie angefangen zu rechtfertigen, sagt sie, nee, aber hier haben wir nur die Torte für 50 Prozent günstiger bekommen. Und ich mir denke, wow, das ist fast noch schlimmer, dass du deine Kinder verkaufst du für 50 Prozent auf die vierten Geburtstagstorte. Sag mal, geht's noch? Geht's noch? Das ist so, als würde ich meinen Sohn, würde ich auf die Straße laufen, würde ich den nackt so hinhalten, im Kölner Dom stehen und sagen, Leute, schmeißt ein Euro bitte hier in den Korb und ihr könnt mein Kind angucken. Wie bescheuert ist das? Wie bescheuert? Und das Ding ist, man muss nicht aus allem Profit ziehen, ne? Also du weißt genauso gut wie ich, wenn du jetzt dein Kind im Internet präsentieren wirst, das wird die Likes, das Engagement und die Liebe bringen. Ist halt so, Kinder bringen sehr, sehr viel Liebe im Internet. Kann ich noch verzichten, da habe ich lieber weniger Likes, anstatt mein armes Baby, das noch keine Medienkompetenz hat, irgendwie dafür zu missbrauchen und missbrauchen. Ja, vor allem muss man halt auch einfach anmerken, ich habe eine wahnsinnig schöne, wir nennen sie jetzt Familie Fuchs, wir nennen sie einfach Familie Fuchs, Familie Fuchs sitzt im Internet und hat für ihr ungeborenes Kind schon eine Instagram-Page, was ich jetzt habe eingerichtet, aber Kommentare direkt deaktiviert, weil Familie Fuchs genau wusste, uff. So, und Familie Fuchs hat sonst nie Engagement. Ich habe mal das Engagement geschaut, Kinderbilder, Engagement hoch, Engagement hoch, Engagement hoch, kein Kinderbild, nichts mehr, Engagement tot. Es ist einfach tot im Feld. Wo ich dachte, oh, liebe Grüße auch hier von mir an Familie Fuchs oder Familie Schlange, mir auch egal, wie du dich nennst. Das ist nur so ein Tipp, weil da dachte ich mir echt so, uff. Also viele sagen mal, es ist gemein. Viele werden ohne Kinder ja gar nicht erfolgreich bei Instagram. Das hast du gesagt, ich nehmt. Ist so. Mhm. Nein, nein, das ist nicht so, Amira, das ist nicht so. Genau, das ist nicht so, das ist alles nur Satire und wie nennt man das noch alles? Keine Ahnung, sucht ihr das aus. Lügenpresse. Lügenpresse, Hate, Mobbing. Ist auch Mobbing. Und ich fand aber trotzdem, das muss ich auch noch, wir sind zwar ganz vom Thema ab, mein Akku ist auch gleich leer, aber das sprechen wir uns kurz an, das muss ich auch erzählen. Okay. Das wurde mir auch immer, weil ich habe in Marco Schrei geguckt, am liebsten, wenn hätte ich da angerufen, habe ich gesagt, schaltet mich durch, sofort. Da ging es ja darum, eben, dass die Leute ja gar nicht verstehen, wohin dieses Bild denn rutscht. Also das ist ja, Internet ist ja, das vergisst nicht. Und du hast sofort die Macht und die Kontrolle über das Bild verloren. Und dann habe ich mir gedacht, das hat der Psychologe in der Sendung irgendwie mal so anders formuliert, aber ich habe dann gesagt, stell dir mal vor, du nimmst jetzt ein Foto, du machst ein Foto von deinem Kind in Badehose oder es muss ja nicht mal halbnackt sein. Es kann ja auch hübsch angezogen in so einem Püppchenkleid sein. So, nimmst das Foto, druckst es zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebenhundertmal aus, läufst durch die Stadt in Form von Flyers und wirfst es auf die Straße. Würdest du das machen? Nein, natürlich nicht. So, ist dasselbe, was man mit dem Internet macht, nur millionenfach. So, und genau das checken die Leute nicht. Und auch diese Familie, die ich letztens schon angesprochen habe, Familie, die ich letztens schon angesprochen habe, die hat ja diesen Kinder-Account gelöscht. Ja. Aber dooferweise gibt es mindestens 15 Fan-Pages von diesem Kind. Ja, das ist echt schwer. Ich meine, ich möchte auch, also das möchte ich immer wieder sagen. Aber das ist ja der Punkt. Jetzt sehen die, scheiße, wir wollen das vielleicht jetzt nicht. Vielleicht haben die ja wirklich nachgedacht, wir wollen diesen Account nicht mehr führen. Sie hat recht, aber die haben schon mal mindestens 2000 Fotos im Netz von ihrer Tochter, weil es 15 Fan-Pages gibt und die Kontrolle haben sie nicht mehr. Und der Zug ist abgefahren. Genau, deswegen hier nur liebe Grüße an alle, die das immer noch praktizieren und sagen, das ist super. Für die, die sich auch aufregend, bleibt bei Beauty. Wir haben Beauty eigentlich schon alles abgehandelt, es tut mir leid. Einfach nur so für euch. Macht damit immer, was ihr wollt. Also es ist nicht, vor allem ganz wichtig, macht damit nichts Böses. Ich lege schon wieder, naja, das ist negativ, das ist zu negativ. Genau das meine ich. Das Instagram ist alles positiv. Die Welt ist wunderschön, die gibt es nicht. Aber das Problem ist, wenn man das nicht anspricht, heißt das jetzt, ich darf auf einem, oh Gott, nee, wir fangen nicht mit Politik an, aber sagen wir es bei einer Partei, der ich nicht zustimme, wo vielleicht der eine oder andere rechte Arm mal gehoben wird. Wenn ich der Partei öffentlich nicht zustimme, darf ich das trotzdem tun, das ist für mich nichts Schlimmes. Genauso darf diese Partei mir sagen, dass ich doof bin. Das ist mir egal. So, es geht darum, dass es nicht verboten ist, das auszusprechen. Ich finde es erschreckend, dass wenn es um solche Themen geht, Leute verlangen immer Authentizität, Ehrlichkeit. Und Transparenz. Und dann kriegen sie es, das ist mir immer auch zu negativ. Also ich will auch jetzt, dass wir über Bionade reden. Bionade schmeckt super, kauft alle Bionade. Und dann gibt es auch Fritz, Cola und alle anderen, die es gibt. Alle. Ja, eben. Nur nichts Negatives reinlassen in die heile Welt. Genau, hier ist alles schön spread love, not war oder so. Genau, und wir kacken alle Konfetti. Spaß, ich kack eigentlich nur Vitamin C-Seren, alles gut. Ich bin da nicht so. Deswegen, wir sind da nicht so. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich ein super Ende, weil es super positiv ist, oder? Positiv. Wir sind super positiv. Positiv. Spread love, ganz wichtig. Wichtig, Leute, ich würde sagen, du wirst, Amira, ganz cool, wäre richtig geil, wenn du deine Produkte, die du verwendest, auch mal in die Story einfach postest, was Make-up, Haare, auf einem Foto, das kriegst du wohl hin. Von mir aus machst du zwei, drei Story-Sequenzen, geht schnell, ja? Okay. Wie findet ihr das, was Amira gesagt hat? Übertreibt sie langsam? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up-to-date zu bleiben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.